in 300 und die 500 also die pnummer auffüllen so ok gehen wir noch mal dahin und kämpfen hallo in die fähigkeit muss man auch noch mal gucken außerhalb des kampfes da muss man halt auch noch mal gucken wie das funktioniert alles das macht auch schon mal wogenläufer wogenläufer ihr haut ist mit einer besonderen wasser abweisenden ölfilm überzogen deswegen und durch ihr geringes körpergewicht sind sie dazu in der lage zucker für lange strecken übers wasser laufen zu können es gibt es doch echsen wenn sie dass sie auch ganz schnell über das wasser laufen können ist das nicht so ok mach ich mal so euer konzentration mal so bei ihr auch noch mal aufhören einmal ja passt schon kugelblitz jetzt volle entladung ok ich sehe gerade so die kleine und da sieht man ja aber von den großen nicht so zack die lichtfähigkeit wieder machen äh gleich mal rauf damit sie greift gerade automatisch wie komme ich denn da oben hin hat das hat das irgendwie falsch gelesen oder so naja kraft meines inneren so weg ich lade hier auch nochmal auf beziehungsweise hab dann eingesetzt was ich gar nicht wollte aber ja mhm dein hirn braucht ne pause hier dein hirn braucht ne pause ja das hätten wir das war's man kriegt halt trotzdem also die kriegen halt trotzdem Schaden ne so gut dann guck ich nochmal hier ein bisschen und da war halt nix mehr hier oben hatten wir halt auch noch einen Weg ich will mal gucken das Level ist übrigens echt nice das sieht echt cool aus schade kann man nicht anklicken da holen wir auch nix gehen wir mal nochmal hier hinten hin schauen was wir hier hin zu haben aber eigentlich könnte ich einmal kurz sie ein bisschen heilen und sieh ja so also hm wenn wenn der lange genug da sitzen bleibt fährt ihm vielleicht irgendwann ein Fisch auf die Birne würde ich halt zu gerne sehen ok Marlin sagt das gleiche wääh 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 wäs mich nicht ach komm her kommt doch kommt doch ne 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 ganz ehrlich ich lieb das ey komm doch komm doch ne 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 ähm man sieht sich peng machen wir es mal so blend effekt drauf äh irgendwie schaden schwinde ich kann halt weiter drucken ich glaub das sollte nicht so sein oder äh wenn die nächsten treffer auf den Verbündeten ab ich beschütze euch das lasse ich nicht zu tja äh du 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 wind warte mal blammering für den großen Schaden okay äh Behennigkeit was ist Behennigkeit da sollte er einfach noch mehr Schaden er hat die Chance nicht auf auf mich um der Gegner zu gehen Angst Potential Konfusion Nicht so kopflos Fang Schade ich glaub das hat weniger Schaden gemacht dadurch ne er zieht das in der Ermerksamkeit der Gegner komplett auf sich erhöhte Resistenz senkt Abwehr stark Ach komm wir machen Matschlawine Erde alle Resistenz aber wenn wir die schon einsetzen können ne Rost okay der ist halt trotzdem immun dagegen ne hm du heilst dich doch selber und sagst gib nicht auf okay äh Schlaf dann glaub die Dinger müssen nicht voll sein dass das richtig wirkt ne kann das sein markiert eine Bestie so dass sie mehr Schaden erleidet hab dich mhm tschüss ähm mach mal so okay das war effektiv mach ein Druck und der schätzt mich nicht mhm 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 äh Konfusion tschüss tschüss mal wieder mal wieder mal wieder bei ihr schaff ich das ständig gerade ne uuuh schick uuuh schick ich bin wieder auferstanden uuuh schick uuuh er leuchtet ok das war ein bisschen wenig Schaden ne das auch das auch das ist alles ein bisschen wenig Schaden zunder zunder uuuh abo dabei bin ich doch gerade erst warm geworden aber so kann man es auch machen ok ok dann haben wir auch einen Gegner tschüss das war nicht vorbei rein ist ja auch noch jemand ich habe da eine Kiste gesehen da wollte ich erstmal hin hallo na du die Regenungsdinktur ok muss man hier heilen ne ich glaube die habe ich vollkommen verbraucht ihn naja das ist halt eh erst mal demo deswegen mache ich so lapidar grad zack die muss aufgefüllt werden so 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 heilen können wir uns ja hier eh nicht scheinbar hey ihr steht im Licht so kann ich den Mentor doch gar nicht richtig beobachten mit Spanner hm der Mentor schläft gerade ah ja läuft bei dem Typen wo geht's hier hin da ist eine Truhe da ist eine Truhe Energietektur oder so hier geht's raus hier geht's auch nochmal lang ich schaue erstmal rum warte mal das war sie ne na was geht bang bang ja ok 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 es ist schon cool es ist wirklich schon cool gemacht halt ich gebe mein bestes alles klar ich übernehme schneller schneller ne tschüss man kann's halt direkt wieder einsetzen ne ich lauf erstmal da hinten wieder hin es dauert halt einen Moment aber man kann's direkt wieder einsetzen ach so gut ich bin manchmal echt dumm ok das ist das ist sehr geil was ist das denn da was ist das was seh ich da Moment ach ja ha perfekt sieh mal ich glaube dass da vorne ist diese Höhle hehe der Schatz gehört so gut wie uns hey man was soll das komm schon jetzt mach keinen Scheiß ich steck dein Schwert wieder weg ok alles klar da soll ne Höhle sein aber da kommen wir noch nicht hin ne kommen wir noch nicht hin was ist da denn ok gehen wir hier lang das ist auch noch ne Truhe eh ah ok ich kann wohl hier ist um was äh Gegenstände er geht ja resistent er kann denn die Nummer tragen hm ah ja also das ist völlig egal was sie grad an hat ne kann den noch jemand anders tragen eigentlich das ist meine ne gerade wieder war da ruf na der kann jeder tragen ja aber gut die Sachen die man so hat sind besser da ist die Höhle hm ok alles Achtung ja hm komm mal wahrscheinlich gar nicht durch ne doch ok ich stehe ich glaube das werden doch zwei folgen oder so dann werdet ihr das ja gesehen haben wow was ist das denn ähm Multitanktur was ist das denn ähm der ist gefährlich das spüre ich passt auf ähm ja und ha jones prophet was zur Hölle ist das denn ähm werde schwächer ja mach mal so sie hat dann natürlich noch gepennt eben äh kann sofort nach dem äh läd den Schatten zündigen Treffer senkt Tempo stark erhöht die Chance hier auf kontert sofort lässt physischen Angriffe zusätzlich bei Nachbarn und Gegner mit abfallendem Schaden treffen verlässt aktuelle Haltung Verzerrung was ist Tent ok verstehe hm schlaf gut ping ping ouch pennt schlaf gut schlaf gut ähm schmettergewitter würde ich gerne können erstmal das ist wie meine mal so fokus fokus schlaf gut schlaf gut gute Nacht ich werde umf wenn pen teilt oder was zunder zunder und kaboom ok gleich piek ping ich haue erstmal infekte rauf äh fängt man geht best nur dass sie mir manchmal flug war das ne ganz ruhig ja sollte flug sein verschließe dich elemento senkt tempo äh bin sister schlaf gut äh ch zoo ähm denn ладно sche lernt und 있� die Eonen Prophet Man sagt, sie existieren bereits seit dem Anbeginn der Zeit. In der frühen Epoche wurden sie angebetet, da sie angeblich die Zukunft voraussagen können. Tatsächlich ist allerdings kein Fall bekannt, bei dem das vorhergesagte Wirkte hier eingetroffen ist. Lawine verursacht Schaden, Eis, Magie, Allgegner, Narkose Tau, Hohe Schlafpotenzial, Universale und High Vision. Abwehr, okay. Aber steht halt nicht genau, was das ist, ne? Aber übrigens sehen wir jetzt auch die Leiste, ne? Wenn wir das einsetzen. Verstehe, müssen wir eigentlich zu Beginn immer mal einsetzen, Mann. War ja gar nichts. Okay. Moment mal. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Das hilft. Lass mal weiter heilen. Ich frag mich immer noch, wie komm ich da auf. Vor allem, ich kann auch trotzdem mit Tastatou spielen, ne? Dies Licht wird uns leiten. Hier ist es auf F. Dies Licht wird uns leiten. Warum geht das hier nicht? Naja. Ich mach nochmal. Kraft, schwinde! Achso. Ein Blendungseffekt. Erstmal voll die ganzen Effekte draufgeknallt. Hm. Tempe runter. Meine Kräfte schwinden. Hm. Deswegen heile ich dich auch erst mal. Äußerst angenehm. Ähm. Was sieht das ab? Zunder, zunder! Und? Ich wollte das gerne mit ihr machen. Und fessle ein Gewitter. Äh. Wubel ist Schmettergewitter. Willig. Zeit, diesen Kampf zu beenden. Jetzt. War nicht wirklich viel. Tut ihr leid. Ich glaub, da ist jemand wieder besiegt. Hallo. Vielen Dank. Willkommen zurück. Das mache ich für meine Gefährten. Okay, das war Kritt. Oh, verdammt. War schon wieder jemand besiegt? Ähm. Gut, dass ich ein bisschen was gekauft habe. Danke. Bitte. Guck mal, haben wir nochmal drin gehabt. Donne! Es ist doch flug, oder nicht? Naja. Nee, der dauert auf jeden Fall ein bisschen länger. So ein bisschen. Das ist ein Geräusch immer dazu. Okay, das war ein Kampf. Der Kampf hat schon ein bisschen länger gedauert. So ein bisschen. Was zur Hölle war das denn für Gegner, ey? Klar, warum nicht? War ja eine erste Demo ja auch nicht anders, ne? Deswegen. Deswegen. Mehr haben wir hier auch so weit nicht, ne? Problem ist... Ja, ja. Die Pee müssen wir noch ein. Die Pee haben wir so eine kleine auch nur, ne? Ja gut. Reicht ja eigentlich auch. So. Dann gehen wir mal auf den. Stunde 15 war schon dabei. Oh, da will wohl jemand kloppen. Achtung, Gänsehaut. Zahn! Achtung, Gänsehaut. Autsch! Hm. Kraft, schwinde! Ich mach es, wenn du weiterhauf. Das ist generell, wenn ich die analysiere, ne? Dass sie immer mehr dazukriegen. Das ist so. Kann das sein? Hm. Jetzt nicht glinzeln! Ha! Jetzt nicht glinzeln! Angst. Sie ist momentan auch, ich kann schon langsam angreifen, ne? Kraft meines Inneren! Leite mich! Hm. Zunder, zunder! Und kabo! Aber dass das so effektiv ist. Vielleicht, weil wir das gerade so eingesetzt haben. Ich hab mal eine Analyse übrigens auf ihn. Schauen wir doch mal. Brandreißer. Trotz ihrer kräftigen Körpers wischen sie sich nahezu lautlos an ihre Beute heran. Drängt man sie in die Ecke, werden sie wild und unberichtbar. Was sie auch bei den Flammen auf ihren Rücken bemerkbar macht. Loderwut. Hohe Raserei-Potenzial. Machtpranke, senkt Abwehr. Okay. Jetzt sehen wir übrigens, wie viel er noch hat. Hm. Schatten. Einer hat halt noch voll eine Heilung. Das war nicht viel. Ah. Ähm. Tschüss. Weil die Sache nur auf ihn raufgehauen haben, ne? So. Der war weg. Wärde schwächer. Waren wir mal so noch. Oh. Feuer. Hiha. Das ist doch eigentlich Wasser, ne? Hab dich. Eigentlich. Tschüss. Aber bin ich doch gerade erst warm geworden. Ja. Vielleicht. So. Hier. Das hatten wir. Da hatten wir. Da war der. Hier noch den. Ich weiß nicht, ich bin nicht voll geheilt. Aber egal. Euch machen wir Feuer unterm Hintern. Hm. Achtung, Gänsehaut. Oh, das ist Wetter, ey. Achtung, Gänsehaut. Zack. Ich erledige das. Immer so. Schwächer jetzt geworden, ne? Zack. Zieht aber gut immer zwischen euch was ab, ne? Mach dich mal langsamer. Hm. Dieser Regen da draußen, ey. Ich glaube, ich muss mal eine Pflanzen gleich mal reinhauen. Entladung. Letzfunk. Äh. Ich mach einfach noch mal langsamer. Brandt. Feuer. 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 Tschüss. Ist das so heiß, dass das halt auch erlöscht, oder was? Was ist der eigentlich Reptil gewesen, oder? Ach nee, das ist ein bester, ich Idiot. Achtung, Gänsehaut. Achtung, Gänsehaut. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja. Muss nur, du hast was erledigen, wie gesagt. Aber es regnet ein bisschen sehr doll, und es sieht gerade so aus, ob das schon wieder aufhört. Naja. Naja, naja. Hier sagt er nichts zu mehr. Äh. Eis. Okay. Guck mal, das. Zack. He he. Eis, Eis, Eis. Vorsicht. Es fegt. Und tschüss. Ja, genau, sehe ich auch so. Was ich immer gucken wolle. Warte, da kommt halt noch mehr als was zu, ne? Okay. Ich werde mir von den Sachen kaum noch was haben. Hm. Ich stelle um den Sinten schon an die Probe, geht gerade nicht. Hm. Hi auch. Hi auch. Verstehe. Ja. Ja. Alles klar. Ja. Kein Problem. Ich übernehme. Hm. Alles klar. Ich wollte gucken, ob die mehr und verschiedene Sachen sagen. Da hat mir noch einen. Ne, da drüben noch einen gab. Weiß ich gerade nicht mehr. Ne, wollte ich gerade meine Leute heilen. Ähm. Zack. 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 Ja, das reicht. Das reicht. Oho, da will wohl jemand kloppen. Das ist mal eine andere Kombi. Jaho. Oho. Äh. Der geht allen, wo es weh tut. Oho. Angst vor Sintenzial. Kreet. Ah, noch ein kritischer Treffer, ey. Äh. Verschließe dich. Oho. Warum wurde sie jetzt übersprungen? Okay, jetzt hinschnitt. Fügt auch gut was zu. Zack. Gut, dass sie nicht immer gleichzeitig auf alle schießen. Oder angreifen. Hm. So. Analyse. Mal sehen. Gebirgshärscher. Gebirge, in denen diese Kreaturen heimisch sind, werden von Wanderern meist gemieden. Sie verfügen über ein ausgeprägtes Revierverhalten. Weswegen es nicht ratsam ist, ihr Territorium zu betreten. Hält man ihren Schlachtruf, ist es oft bereits zu spät. Vorbeugen. Vorbereitung für den Einsatz von Ramborg. Unterstützung einzelner Abwehr. Ramborg wird nach Vorbeugen eingesetzt, verursacht großem Schaden. Erde physisch, einzelnen Gegner, Schlachtruf, erhöht Körperkraft, unterstützt alle Verbündeten. Okay. Aber jetzt sehen wir auch deren Leiste. Ich will sowas mal machen. Habe ich ja vorher noch gar nicht gemacht. Einer ist weg. Achtung, Gänsehaut. Achtung, Gänsehaut. Das sollte ein bisschen sein. Ja. Zack. Junge. Mach das nicht voll Kanne. Da war ich auf. Hauen wir mal wieder. Das hilft. Hatten wir noch einen? Hab meinen Dank. Habe ich das gerade... Wir haben gar keine Männer. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich habe einen Back gefunden. Danke. Ich habe Back gewonnen. Wir können aber weiter nutzen. Okay. Donner. Völle Entladung. Vorwalt gelacht. Joa. Das habe ich gebraucht. Hm. Klar, warum halt auch nicht, dass das funktioniert. Für mich gleich besser. Das ist mal heilen. Okay. Auszeit. Okay. Aber wie gesagt, da habe ich einen kleinen Bug gewonnen. Uh, schick. Aber wieder volle Kanne heilen. Schade. Greife an. Ähm. Kann losgehen. Kann losgehen. Greife an. Gleich wird's heiß. Du kannst was erleben. Machen wir das. Tadellos. Ja. Vorsicht. Meines Zuckerschrecken. Oder wie das heißt. Zuckerschrecken. Okay. Klar, warum halt auch nicht, ne? Ist ja dasselbe. Wie gesagt, ich weiß halt gerade nicht. Wie ich den da hinten schon gemacht hatte. Und ich die einfach heilen. Okay. Joa. So ein kleiner Bug. Ich glaube, das werden eh genug Leute reporten, wenn die's sehen. Machen wir das noch? Euch machen wir Feuer unterm Hintern. Oh, jemand Neues. Das gefälligst meine Mädels in Ruhe. Okay, der Spruch war eben neu. Der Spruch war neu. Schauen wir doch mal. Sturmdrohnen. Diese grausame Jäger stürzen sich meist in großen Gruppen auf ihre Beute, um sie durch ihre schiere Anzahl zu überwältigen. Mit ihren Zangendienen als Werkzeugung zugleich als Waffe dienen, können sie selbst Knochen zermalen. Das ist einfach nur ne Ameise, ne? Zangenwirbel. Lötungspotential. Wind. Physisch. Einzelgegner. Okay. Doch. Geht nicht. Blitz, Funken, Einschlag. Geht das eigentlich immer noch? Natürlich. Natürlich geht das immer noch. Jetzt zeige ich's. Das wird klappen. Ja, ja, mach mal. Ich erledige das. Ich führe erstmal das auf. Ich helfe euch. Kann losgehen. Wenn ich die ganze Zeit spame, geht die Musik weg. Kann nur. Okay. Klar, warum halt auch nicht? Jo, danke. Gerne. Gerne, gerne. Oh, erleuchte. So mache ich's. Hm, ich auch. Äh. Aha. Halte durch. Jetzt wird das eigentlich auch dafür, die Leiche zu füllen. Nein, nur die Gegner zu erledigen, ne? Fokus. Ah, doch. Äh, gib den nächsten zwischen den Angriff feuer elementar aus. Mach mal. Natürlich, dass sie jetzt beide. Du kannst was erleben. Feuer! Zack. Und kaboom! Das ist großartig. Bitte entschuldigt. Okay. Hat sie sich extrem gefreut, grad. Hier hatte ich auch. Nee, hier fehlt noch. Okay. Okay. Da auch noch. Mach ich die auch erstmal fertig. Mit aller Kraft unterstützen. Mach das. Äh. Der geht da, in wo's wehtut. Und kaboom! Ja. Ich kann das. Ich auch. Erde! Ha! Ich kann's heute auch. Dreife an. Hm, hm. Ich mach das gerade erstmal so, weil wir die Kämpfer ja soweit alle kennen. Ihr, zeige ich's! So, machen wir das. Komm nur! Jetzt mal alles aufladen. Entfessler, ein Gewitter. Zeit, diesen Kampf zu beenden! Zack. Jetzt! Voller Entladung! Hat nicht viel abgezogen, aber ist auch egal. Oh! 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 Ich kann das! Hab ich nicht gemacht. Geräusche. Kann losgehen! So mach ich's. Okay. Das gefälligst meine Mädels in Ruhe! Ja! Zack. Ich mach's kurz. Und tschüss. Gehen wir. Das war's. Okay. Also die Leiste bleibt wirklich die ganze Zeit voll, ne? Das ist ganz cool. Hier war nix weiter, ne? Nö. Okay. Hallo. Geben wir erneut unser Bestes. Okay. Natürlich. Jetzt zeige ich's! Ähm. Licht! Licht! Oh! Okay, das war ein Schaden. Das war wirklich ein Schaden. Okay. Ah! Jetzt! Zack! Komm! Oh! Die sind weg! Ich brauche mehr Deckung! Machen wir später! Ich heil trotzdem einmal. Mann weiß ja nie, ne? Obwohl, der dich gar nicht machen braucht. Kann losgehen! Bereits für ein Erdbeben? Aber mit ihr jetzt auch noch. An mir kommst du nicht vorbei! Die andere fehlt halt nur noch, ne? Um das zu zeigen. Fokus. Hm. Hm. Du, 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 du. Ich heilfe euch! Komm nur! M-m. Diese Felsen überwinden keiner! So. Das ging schnell. Es wird eh schwerer, nach und nach. Aber, wenn man überlegt, wie sie levelt. 45 jetzt schon. Waren halt mit 41 haben wir hier gestartet. Dementsprechend passt hier schon. So. Mich würde halt interessieren, ist hier noch irgendwas, was wir übersehen haben? Das sieht so aus, ob er kaputt ging kann. Verstehe. Oh, yeah! Nö. Ich gebe mein Best. Ich versuche es. Alles klar. Achtung. Nö. Hm. Sieht nur so aus. Das sieht nur so aus. Ist gar nichts hin, dann, ne? Ach, wo kommst du denn? Ist er nun wieder neu gespawnt? Denkt dran. Wenn's brenzlig wird, bin ich euer Schild. Okay. Also nicht. Zunder, zunder! Führ! Aber sie ist halt wirklich das Schild, ne? Meine Schaf! Deswegen halt. Erde! Hau! Au! Das rächt nicht! Okay. Meine Kameraden zählen auf mich. Hau! Auf! Null! Der war weg. Kann losgehen! Ich würde das gerne mit ihr auch noch machen, ne? Vielleicht heile ich die erst mal. Das habe ich gebraucht. Hm. Erst mal heilen. Äh, du darfst auch nochmal. Danke. Bitte. Ist eh ein bisschen schade, ne? Weg. Mal weg. Naja. Warte mal. Naja. Okay. Ist... Warte mal. Falsch. Verstehe. Was wollte ich machen? Äh. Äh. Okay, ich glaube, das war nicht so beabsichtigt, dass man da so rennt kommt, ja? Hm. Ja, okay. Ich glaube, das war nicht so beabsichtigt. Ich glaube, die spawnen auch wieder neu. Ich glaube, die kommen wieder. Weil wir in der Höhle drin waren, ne? Ich werde euch mit aller Kraft unterstützen. Ja. Ich weiß, dass du das machst. Feuer! Hier! Oh ja! Ich möchte gerne das Ding von dir auch noch sehen. Hm. Autsch. Dir zeige ich's! Jep. Ach, die sind leer. Können die mal auch aufhören wieder, ne? Hm. Auch nochmal aufladen. Dann mach ich hier ihre TP nochmal weiter voll. Okay. Einpfiffst du noch? Autsch. Kann losgehen! Ähm, dann machen wir einmal so. Entladung. Einschlag! Okay, dann können wir das machen. Dieses Licht wird uns leiten. Mein Schicksal bestimme ich! Okay, dann haben wir alles gehabt jetzt. Alles klar. Alles klar. Dann hatten wir jetzt alles. Hier war nix weiter, ne? Außer die Truhe. Ich schaue trotzdem nochmal rum. Ja, die sind wieder respawned, weil wir in der Höhle waren. Das ist in Ordnung, dass sowas geht. Ist ja auch normal. Und hier ist nochmal der Ausgang, aber... Hm, 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 hm. Hier ist nix, ne? Ne? Jo, gut. Können wir hier ins Hauptmenü zurück. Aber ist auch erstmal egal. Ich würde sagen, ich mache hier auch erstmal Feierabend. Das war die Demo. Mal gucken, vielleicht ist Ende der Gamescom, dass da nochmal ein bisschen was dazugekommen ist. Schauen wir mal, weil... Weiß man nicht, in der Zeit kommen ja auch nochmal Bugfixer so und alles raus. Weil da sind schon ein paar Bugs drin. Vielleicht schauen wir uns das dann nochmal an. Aber gut. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Elements Destiny. Entweder wenn eine neue Demo kommt, also wenn die Demo für ein paar Updates nochmal hatte. War glaube ich beim letzten Mal eben auch so. Wenn halt Bugfixes draußen waren. Oder wenn halt die Komplettversion von Elements Destiny da ist. Oder bei einem anderen Spiel bei mir auf meinem Kanal. Na gut, bis dann. Ciao, ciao.